grüßt euch liebe messerfreunde ich möchte euch gerne heute eine neue modellvariante eine neue special edition des doch sehr beliebten sanremu 73 15 vorstellen ja der michael schiffner hat es wieder getan hat wieder bei sanremu knifes eine neue sonderedition des 73 15 auferlegt nachdem hier schon die modellvariante oder die die special edition 1 und es gab auch noch mal einen kleinen zweiten rutsch dieser dieses modells 73 15 mg 12 c 27 klingenstahl flachschliff fein ausgeschliffen ja mit dieser mit dieser green micata ich glaube dass sie dass sie ist die green micata variante grünes micata mit der satinierten klinge dann gab es noch eine schwarze klinge mit natural canvas micata hier mit dem angeschraubten clip der etwas abweichend ist aufgrund des materials ja großer erfolg gewesen war relativ schnell ausverkauft ich war da relativ schnell auch mit dabei und hatte mir da noch eins von gesichert wie gesagt zwischenzeitlich gab es noch mal einen zweiten rutsch und durch zufall habe ich jetzt bei instagram gesehen dass es da eine ja ich bin eine blaue ich werde es jetzt einfach mal den im micata so eine art jeans micata davon gibt und ja bin sofort rüber bei ihm im shop bin rüber gewechselt von instagram raus und habe dann gesehen ja es ist schon verfügbar dass 73 15 ml und es gibt auch noch eine weitere version auch mit satinierter klinge und ich meine dann noch mal grüne micata oder da schaut ja am besten mal direkt bei ihm rein also ich war sofort auf dieses blaue micata modell aus und habe es mir dann auch direkt zukommen lassen habe es also direkt bei ihm im shop gekauft der versand ging sehr schnell hat jetzt glaube ich einen tag gedauert gestern verschickt heute direkt angekommen auch hier in den eine kleine stahlplatine eingesetzt dass also der clip auch einen ordentlichen sitz hat man ist noch mal auf feinheiten eingegangen ihr seht zum beispiel dass sein remo logo ist bei der aktuellen bei der ganz neuen version etwas geschrumpft ansonsten auch natürlich vieles gute geblieben mit etwas fingerspitzengefühl bekommt man hier ein 550er paracord durchgebamset ich meine bei dem modell da haben sie das auch so ein bisschen angefasst auch hier so eine leichte schräge nach innen dass man das etwas besser einfädeln kann das paracord aber wie gesagt ein bisschen fingerspitzengefühl muss schon sein der clip ist gleich geblieben die modell variante hier 73 15 mg hier 73 15 ml 12 c 27 flach schliff und gewohnt sehr gute qualität sehr schön zentriert das modell sehr weicher klingenlauf dieser dieser viertel oder dreiviertel oder wie auch immer stopp ist ja nicht so ganz der ist auf jeden fall sehr löblich und es liegt gut an der hand ganz leichte struktur zu erfüllen aber sehr sehr angenehm auf jeden fall sehr schönes modell das neue sanrenmu 73 15 wie gesagt zwei neue special editions auf 330 stück limitiert gibt es davon und ich denke mal wer da bock drauf hat das ding kostet ich glaube 35 euro das kann man für ein 12 c 27 nach wie vor auf jeden fall mal sich sowas kosten lassen da bekommt man doch viel messer für sein gutes geld die maße entnehmt ihr dann ich denke einen der drei bisherigen videos da habe ich das mit sicherheit auch ein ums andere mal schon gesagt die längen und die gewichte und so weiter oder ich schreibe es euch natürlich auch gerne mal kurz in die video beschreibung dann rein das tag ich dann auch noch mal nach so viel zum 73 15 von san remo in der ml dieser blumenkarte ausführung ich hoffe die kurz vorstellung hat euch gefallen und ich schaue mal wieder rein bei mir auf dem kanal bis dahin bleibt gesund macht's gut